So, da sind wir zurück in der Holosuite und wir stürzen uns jetzt auf den Hinterhalt. Computer, aktiviere Programm-Depradator-Angriff auf Panhelios 18. Wir haben ja eh nichts zu tun auf der Station. Schilde bei 80%. Ja, ja, ja! Das geht ganz schön auf die Finger, Freunde. Schilde bei 50%. Boah, meine Finger machen gleich nicht mehr mit. Oh, was ist das bitte? Oh. Oh, bitte, lass es das gewesen sein. Oh, das sieht gut aus. Oh, Gott sei Dank. So, Abfang aktivieren. So, können wir jetzt hier raus? Wieso können wir hier nicht raus? Wieso können wir hier nicht raus? Ich breche ins Essen. Ich will hier wieder raus. Oh, Gott sei Dank. Schnell wieder raus. Ja, das war das. Witzig, witzig. Ah, und dahin steht da Werdegg. An den kann ich mich noch gut dran erinnern. Sollen wir es wagen, ihn anzusprechen? Oder sie? Auf das meine Ohren wieder leiden. Ich wusste es. Oh, Talbunarek, Polshakaibanut, Didegima Vimpaya, Ralanonscharet. Was? Das Ganze nur um diesen Quatsch sich anzuhören? Also, Freunde, diese Stelle, dieser Typ, dieses Gejaule, ja, also ihr, also sowas habe ich noch nie erlebt. Sowas widerliches, sowas abartiges. Das hört sich ja furchtbar an. Boah, schnell weg hier. Also ich finde, das ist die schlimmste Stelle im ganzen Spiel. Ja, ich wollte. Was? Was war das? Habt ihr das auch gehört? Boah. Wo kann man da rein? Achso, es ist Turbolift. Computer. Ach ja, fahren wir mal nach. Promenadendeck, Ebene 7, Sektion 5. Ja, das kann ja jetzt nicht allzu lange dauern. Computer. Zugriff auf Stationsverzeichnis. Ich muss einen Ort finden. Zugriff erfolgt. Gewünschten Zielort angeben. Hä? Andockring, Habitat, Besucherquartier, Sicherheit, da weiß ich doch alles. Undockring. Wie komme ich zum Andockring? Der Andockring ist der äußere Ring von Deep Space Nine. Die Turbolift für diesen Bereich werden zurzeit repariert. Vorübergehender Zugang ist möglich über Frachtraum 4 in der Nähe des Habitatrings. Ebene 11, Sektion 6. Ach ja, das weiß ich doch alles. Was können wir denn hier machen? Können wir hier irgendwas machen? Nein Oh, was ist das? Nichts, wo wir durch können Hier haben wir auch nichts Von da kommen wir Ach, Quark's Bar Da steht eh nur Janni, mit der wir ja nicht reden können Na So, was haben wir hier noch? Na, da können wir auch nicht rein Da ist der Bajoranische Schrein Da links und rechts ist auch nichts Da ist der Computer Was ist das? Nichts, was wir anklicken können Da ist Odo Da ist ein Turbolift, den wir nicht benutzen können Ah, ist es nicht herrlich? Danke für die Information Viel Glück, Botschafter Ja, super Mit denen können wir auch nicht reden Da kommen wir noch nicht mal hin Na Oh, da sehen wir sie jetzt mal ein bisschen näher Hallo Bewegt ihr euch auch nochmal? Hallo Ach, gut, dann eben nicht Sehr schreckhafte Wesen Wir gehen jetzt mal alles systematisch durch So, was ist hier? Auch nichts So Links, rechts gibt's nichts So, was ist hier? Die Turbolifte für diesen Bereich werden zur Zeit repariert Ja Die nächsten betriebsbereiten Turbolifte befinden sich auf dem unteren Promenadendeck Ja, hast du sehr schön gesagt Da kriegen wir auch nichts Da kommen wir auch nicht rein Da ist auch nichts Da ist nichts Da ist nichts, da ist nichts So, das ist überhaupt nichts Das ist Computer So, also Kann's doch nur hier was geben Verdammt nochmal Und Aber hier gibt's doch nix Herrschaftszeiten, Mann Links, rechts geht nicht Links Rechts Rechts geht nicht Umdrehen Zurück Nach vorne So, hier geht's nicht mehr nach vorne So, da können wir nur links nerven Da kommen wir ja Zurück Links, rechts geht nicht So Wo hab ich eigentlich mein Wie komm ich eigentlich in mein In... Hoppla Na, dahin komm ich auch nicht hin Die Tür können wir auch nicht aufmachen So, da Kriegen wir auch Was ist das Lila denn denn da Naja Nichts, wo wir hinkommen können So, also Kommen wir ja nur hier durch Links, rechts geht nicht Da geht's auch nicht weiter Das ist eine schöne Wand So Da ist auch wieder ein Kraftfeld Also können wir nur hier durch So, links, rechts geht nicht So, hier geht's auch nicht rein Da geht's nicht weiter Ja, und da steht Das Crewman Ja, links, rechts geht nicht Ja, da kann man uns Ne Wand angucken Au Wieso bin ich denn da vorher nicht Drangekommen, Idiot Gut Der Spannung wegen Ich seh gerade Die 10 Minuten sind gleich wieder rum Ich weiß nicht, was jetzt passiert Wie gesagt Im nächsten Teil Wie gesagt ist gut Langsam Im nächsten Teil Wissen wir mehr Ändern wir bei 18 Äh, adieu Das ist mir ış Das ist mir struggling T